So, liebe Androiden, es ist wieder Zeit, sich zu verstecken bei Alien Isolation. Es geht weiter mit mir und Mander Ripley auf der Sevastopol-Station. Und weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir müssen erst mal wieder zurück und das hoffentlich in einem Stück. Mal kurz auf die Karte gucken. Ja, wir müssen einen Transit nehmen zum Turm, da. Da, Cymet-Turm. Da können wir dann auch nochmal speichern. Seidens, Alien macht uns jetzt einen Strich durch die Rechnung. Zugangscrott benötigt, habe ich nicht. Warte. Ich höre die ganze Zeit irgendwas, das habe ich so nervös. Alter, dieses Spiel ist grau und voll. Nein, ich liebe es. Baut ihr sein, das erste Sahne. Okay, wunderbar. Äh, so. Da. Haltestelle für Sixen Communication Technologies, technischer Support-Dienst und Gemini Exoplanet. Das Ding hat so ein bisschen GTA-Style. Lunar-Style. Da ist das Samuels. Haltestelle für San Cristobal Krankenstation und Sixen Synthetics. Ripley? Ist das Ripley? Ruhen Sie sich aus, Taylor. Wie geht es ihr? Sie muss versorgt werden. Die Krankenstation ist in der Nähe, aber ich wollte sie nicht alleine lassen. Ich werde nachsehen. Mal sehen, was sich finden lässt. Sie bleiben bei ihr. Ich werde versuchen, den Funkverstärker zu reparieren. Was, wenn diese... Kreatur kommt? Verstecken. Unbefugter Sicherheitsverstoß registriert. Ja, ich glaube, das funktioniert am besten. What? Ich schätze uns wirklich fucked up. Okay, wir haben leider keine Karte, deswegen wissen wir auch nicht... Habe sie nicht ein, als ich rausgekommen bin? Powerlink. Ja, es ist ja keine Zeit zu verlieren, damit war ich auch, aber... Erstmal umgucken. Ich habe es doch schon gespeichert, aber ich tut es trotzdem nochmal, da wir gerade hier angekommen sind. Weil ich, äh... Wenn ich sterbe, muss ich dann halt nochmal diese Fahrt über mich ergehen lassen. Das dauert... Das Laden geht relativ schnell, aber trotzdem. Okay. Das ist glaube ich nicht die richtige Richtung. Ich gehe mal in die Richtung. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Abgeschlossen. Das ist doch wer. Plasmarschneider. Dann baue ich wohl das Ding, das ist den Plasmarschneider, um diese Tür zu öffnen. Hm? Ja, Menschen sind zügig mal der Revolver, vielleicht... ...dürchten sie dann, oder... ...auf die harte Tür wollen, wie sie es über den Haufen... Sie, hey, Sie, kommen Sie... Ich brauche einen Ernst. Hallo? Ich brauche... Ich kann Sie nicht verschieben. Moment. Kommen Sie hoch, ich habe den Fahrstuhl für Sie aufgemacht. Ob ich dem trauen kann... Ich glaube, anderes bleibt mir nicht übrig, ne? Na los! Dritten sind nicht so aufgemacht! Ja, ja, ich komme schon. Warten, Stress. Das, ey, ist nicht die einzige Bedrohung auf der Station. Was soll ich sagen? Finden Sie einen Weg, die Sun-Cristo-Ball-Kranken-Station. Hm? Vergessen Sie die Tür. Die Marshalts haben alles abgeriegelt. Nutzen Sie den Lüftungsschall. Der beobachtet mich jetzt über die Kameras, oder was? Hat es noch was hier im Regal? Na gut. Das ist aber nett. Okay. Here we go. Das Sound-Design dieses Spiels ist einfach absolut großartig. Oh. Okay, ich bin angekommen. Strom wiederherstellen. In jedem Horrorspiel ist in Krankenstation einfach bei mir echt immer ein ungutes Gefühl aus. Seit, ja schon seit immer. Seit Resident Evil, Silent Hill, die Krankenstation. Oh Gott. Absolute Nightmares. Jedes Mal. Find's echt schlimm. Es lief schon mal besser, Alter. Ja. Wahrscheinlich, ja. Captain Norbius meldet sich zum Dienst. Ah, da auch der, glaub ich, ne? Hallo. Ich bin cool. Ripley. Ich brauche einen Arzt. Ich bin Arzt. Meine Freundin braucht Hilfe. Medizinische Vorräte. Ich auch. Auf dieser Ebene gibt es kein Sanitätsgut. Aber es sind reichlich in der Arzneiausgabe unten. Und wie kommen wir da hin? Wie? Sehe ich so aus, als wäre ich dazu in der Lage? Ich brauche Ihre Hilfe und Sie brauchen meine. Finden Sie zuerst den Zugangscode für den Wartungslift? Und dann komme ich mit Ihnen nach unten auf die Krankenstation. Zugangscode? Ja. Ich kann Ihnen Anweisungen von hier ausgeben. Moli oder Lingard müssten den neuen Zugangscode gehabt haben. Molis Büro ist am wahrscheinlichsten. Okay, dann gehen wir mal in das Büro und gucken nach. Ah. Gott. Der richtige Weg. Muss sein. So, in den Reihen komme ich ja nicht, ne? Ich gebe dir noch den Lüftungsschacht, aber der führt woanders in Untersuchungsschacht. Woher führt der denn? Die andere Seite wahrscheinlich, ne? Na gut. Also arbeiten wir am besten zusammen, oder? Beiderseitiger Volkern. Gehen Sie weiter. Dieser Bereich war für unsere instabilen Patienten, die mit der Anpassung an den Weltraum Probleme hatten. Sagen Sie mir einfach, wo wir auch hier rein. Keine Sorge, die sind längst verschwunden. Und man mich ignoriert, Moli. Verstanden. Als ich heute die Arzneiausgabe benutzen wollte, wurde mir der Zugriff verwehrt. Wie soll ich bitte... Weiß ich denn jetzt mal? ...wenn Sie und Lingard meine Zugangsprivilegien widerrufen. Nein, nein, das ist der Fazit. Die Patienten werden ohne Medizin rückfällig werden. Besonders angesichts der heiklen Lage auf der Station. Ich werde es nicht zulassen, dass das Wohlbefinden der Patienten gefährdet wird. Dies ist eine offizielle Warnung. Und damit das klar ist, ich habe kein Problem. Kulmen, Ende. Dann mal hier den Gang runter. Ich fühle mich eigentlich relativ in Ordnung. Hoffe ich. Und Zugangscode benötigt. War eigentlich noch ein anderer Raum? Abzweigung? Brauchst du überall Zugangscodes, ne? Das Design ist einfach so großartig. Okay, ich glaube... Warum muss die hier direkt sein? Naja. Aber kann ich hier... ...das Ding hacken? Rät unzureichend. Hier, kann ich. Da ist ja in dem Raum irgendwas, was ich brauchen kann. Sie sind da. Das ist Morlis Büro. Der Zugangscode müsste im... Ach, wir sind im... Ach so. Okay, ich habe... ...wo hier sein. Ich habe nichts gesagt. So, der Zugangscode sollte hier irgendwo sein. Wahrscheinlich auf dem Rechner. Medikamentenmangel. Dr. Lingard, wir benötigen hier Stimulantien-Nachschub. Uns geht der Vorrat aus und noch dazu scheint Coleman das Zeug wie Süßigkeiten zu verteilen. Den Lox nach war er diese Woche schon 16 Mal in der Arzneiausgabe. Wir müssen die Medikamente rationieren. Die Bevölkerung von Sevastopol wird mehr und mehr brauchen, je näher die Stillung rückt. Können Sie mit Coleman reden und herausfinden, wohin die Medikamente gehen? So, Fehler. Freigegeben. Quarantäne auf der Krankenstation. Ja. Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkampe. Morlis trug immer eine bei sich. Ja. Sehr gut. Lass mich doch erstmal lesen. Zugriff... Quarantäne-Verletzung in der Krankenstation registriert. Was? Keine Sorge. Ich versuche nur herauszufinden, was das ist. Konzentrieren Sie sich auf das Finden der Schlüsselkarte. Scheiße. Quarantäne-Protokoll-Scan. Krankenstation aktiv. Zusatz zum primären Pflegebereich ist ausschließlich Marshall. Führungspersonal gestattet. Universal Zugangsquatch für die Anlage 1702. System Scans zur Entdeckung möglicher Quarantäne-Verletzungen erfolgen alle 15 Minuten. Ein Vorposten des Fortschritts? Ein Vorposten des Fortschritts von Julia Jones. Unruhigende Anwohner. Unruhigte Anwohner. Das Recht, Waffen zu tragen, hat sich auch im Kolonial-Weltraum durchgesetzt. Allein verwundbar und lichtjahre vom Gesetzesvollzug entfernt. Wer konnte den Reisenden schon die Möglichkeit verwehren, sich selbst und ihre Familie zu beschützen? Die Schattenseite dieses Arguments ist Sevastopol, wo sich Verbrechen mit Schusswaffen häufen. Sie drehen sich in einer vergessenen Ecke des Weltraums im Kreis. Bewohner sind deprimiert und niedergeschlagen. Wer es sich leisten konnte, ist schon vor Jahren abgehauen. Freunde und Nachbarn blieben zurück zwischen verlassenen Geschäften, rostigen Systemen und vergessenen Träumen wirtschaftlichen Aufschwungs im Weltraum. Die Bewohner Sevastopols fühlen sich getäuscht. Eingelockt von Unternehmen, die nicht wahrhaben wollten, dass die Weltraumblase kurz vor dem Zerplatzen stand. Sie sind wütend verzweifelt und zunehmend gespalten. Die jüngsten Vorgehen der Goldenen Marshals gegen den Schwarzmarkt verstärkten die Feindseligkeiten. Die Station scheint jeden Tag ein Stück näher an den Abgrund zu rücken. Fehler, okay. Äh, ja, er trug eine Schlüsselkarte bei sich. Finden sie im Holzschlüssel. Scheiße, das auch noch. So reichend. Okay, wo könnte das sein? Da ist alles, okay, man sieht schon. Da ist zu, da muss ich irgendwie rein. Hier. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Gott. Gott. Bleib weg. Lieber Xenomorph, ich bin nicht hier. Okay, ich werde mal wieder einen Cut hier setzen, bis der Xenomorph weg ist. Ich hoffe immer, die Luft ist rein. Vielleicht hilft das gegen das Alien. Vielleicht kann ich es blenden. Ich werde immer wieder ein bisschen mehr tun. Ich werde nicht hier machen. - - - ...- - Okay, wir sind drin. Boah, meine Pumpe will sich gar nicht mehr beruhigen, Alter, was zum Teufel. Durchatmen. Drei Versionen von diesem Spiel würde ich gerne mal spielen, ey, das muss der absolute Terror sein. Oh Gott. Scheiße, Alter. Fuck, ist das genau wie ich durch den Glauben, wo ich hin muss. Oh. Oh. It's up now. Fuck, alter. Boah, Alter, das ist ein Albtraum, das ist ein kompletter Albtraum. Molly, Molly. Besuche die Räume auf Dr.Mollys Rundgang. A29, C21, A26. A29, C21. Alter, du warst zum Henker. Boah, Junge, ich gehe nicht mehr raus. Scheiße, oh nee. Hey, das Alien hat ein paar Kisten umgeschmissen, das finde ich aber nicht nett. Bitte nicht. Komm, mach dich vom Acker. Okay, ich quitt das Ganze nochmal mit einem Cut ab. Vielleicht ist das Alien gleich wieder weg. Okay, ich glaube ist das weg. Okay. Seit einer Mediziner, Doktor Molly. Suchen sie die Räume auf Doktor Mollys Rundgang. Ja. Aber die Tür ist doch zu, wie soll ich denn da reinkommen? Hier hat das Alien alles umgeschmissen. Wir sagten auf. Was war denn noch hier drin? Ach, eine Leuchtfackel. Die konnte ich nicht mitnehmen. Ist voll. Und wieder alles. Scheiße. Oh, oh. Willkommen im Schrank. Mal wieder. Jetzt nicht. Doch einfach verdammt nochmal in Ruhe. Ist weg. Ah. Okay, ganz ruhig bin ich gerade. Okay. Den Bereich hier habe ich abgeschlossen. Ich würde sagen, ich gehe wieder zurück. Das ist ein Ausruferzeichen. Aber warum? Okay, okay. Er sieht mich nicht. ganz ruhig. Boah. Kann sich erst mal kurz beruhigen. Alter. Mag für den einen oder anderen sich so irgendwie. Ja, Alien. Was soll's, wenn es dich killt, dann steigst du nochmal wieder ins Game ein. Bin ich da? Scheiße. Ich glaube, es hat mich gesehen. Nein. Bitte, hau ab. Er ist hier drin. Nein. 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 Böser Xenomorph. Weg. Er nimmt das Skelett mit. Das ist jetzt wahr. Hier links war so ein Skelett. Halt wahrscheinlich einfach zum Veranschaulichen des menschlichen Körpers. was. Ähm. Ja, es hat aber Xenomorph drangeklebt. Okay, wir können wieder. Boah, ey. Boah, ey. Ey, das hab ich doch schon alles gelesen. Ah, wahrscheinlich muss ich hier die Leiter nehmen. Das könnte wahrscheinlich der Weg sein. Ja. Aber, fuck, Alter. Ich muss den kompletten Gang zurücklaufen, ne? Wo das. Wo das. Wo das Alien umher schleicht. Da. Da. Ja. Da. Hat er mitgenommen. Scheiße. Na, 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 nein. Ja. Ja. Ich habe das. Ja. 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 Alter, nein. Komm schon. son. Der macht mir das Leben halt auch nicht einfach, ne? Muss da lang. Kann man, kann man die mit dem Geräuschmacher ablenken? Ich würde sagen ja. Schleich die ganze Zeit da rum. Der ist in diesem Raum, ne? Da, diesen Gang muss ich runter. Dann durch die Tür und dann rechts hoch. Da kann ich nochmal speichern. Uff. Ich weiß halt nicht, wie weit das Ding fliegt. Ich sag vielleicht den Gangwerfer und wird abgelenkt. Da ist er in dem Raum. Oh Gott. Ja, ich darf alles nochmal nachspielen, ne? Zeit im letzten Speichern. Okay, bis gleich. Oh. Wir müssen leise sein. Der Doktor lässt uns nicht zurück, solange das Alien noch hier rum patrouilliert. Ich glaube, er versucht einen Speicherstand zu erreichen. Das ist mir auch gelungen in der Mitte des Raumes. Aber das Alien ist super hartnäckig. Wo man hier die ganze Zeit irgendwo rum. großartig. Das ist halt wirklich der Verstecksimulator. Ich habe übrigens ein Rezept gefunden für eine Rohrbombe. Wie ihr hier seht. Ich kann sie mir aber leider nicht herstellen. Mir fehlen halt die Materialien dazu. Ich habe jetzt den Geräuschmacher ausgerüstet. Was das Problem an der Geschichte ist. Den zu nutzen, um das Alien abzulenken, ist nicht so einfach. Weil, wenn ich ihn jetzt hier zünde, dann ist er ja hier im Raum. Ah, es ist einfach. Oh, er kommt rein. Entfernt sich. Das ist mal eine Chance. Weil, ich habe gesehen, ich muss hier nur den Gang entlang. Da wird sich doch aber etwas schwieriger, als ich dachte. Kann halt auch da durchkommen, ne? Okay. Neuer Raum. Ort ist voll, aber ich... Ich werde mir noch einen Geräuschmacher herstellen. Ja, er kommt. Er ist draußen. Er geht wieder. Das gibt's nicht. Wir hören die ganze Zeit. Ja. Die Dusche. Ne, hier ist Klo. Na super. Das hilft mir jetzt aber auch nicht. Weil ich das höre, kriege ich Paras. Ich glaube, es ist für euch auch nicht so super interessant, wie ich die ganze Zeit so im Bett hocke. Ähm, ich werde es so machen. Ich werde gucken. Wenn, wenn ich die nötigen Patienten gefunden habe, dann würde ich mich dann nochmal melden. Ja, sowas gleich. So, Leute. Ne, ich habe die Schlüsselkarte gefunden. A 29. Gleich hier hat es. Da höre ich wieder was. Okay. Jetzt kann ich wieder zu Dr. Coleman zurückkehren. Ich muss es nur lebend hier rausschaffen. Aber ich würde sagen, wir versuchen noch an dem Alien vorbeizukommen. Und im nächsten Speicherraum zu gehen und dann machen wir da Schluss. Direkt in der Nähe, ne. Dahin, wo es ist. Weg. Oh nein. Tolle ist, jetzt muss ich von hier aus erstmal dann den kompletten Weg hier wieder zurückgehen, weil die Tür da hinten geht ja nicht auf, was der kürzere Weg wäre. Nein, ich muss einmal komplett außen rum. Also den ganzen Weg wieder zurücklaufen, mit dem Alien im Nacken. Dieses Ding hat mich schon so oft in den Arsch gerettet, das ist der Wahnsinn. Ich liebe dieses Teil. Ist wirklich mein Helfer in der Not. Ohne das wüsste ich nicht, ob es gefahrlos möglich ist, rauszugehen. Kommt. Die Musik kündigt das Alien ja auch noch mal so ein bisschen an, also wenn die Musik so ein bisschen bedrohlicher und unheimlicher wird. Kann nicht raus, der ist die ganze Zeit hier. Jetzt ist er wieder ein bisschen weiter weg. Er ist weg. Wie gegenüber. Zu gefährlich. Die Musikkampfen Die Musikkampfen Die Musikkampfen Hä? Ohne das Bett? Tut's nicht. Okay, das dauert hier einfach alles viel zu lange, weil ich mich die ganze Zeit vom Alien verstecken muss. Ich melde mich gleich wieder, wenn ich am Speicherplatz bin. Bis gleich. Fuck yeah, ich habe es zum Speicherraum geschafft. Oh Gott. Ey, ihr wollt nicht wissen, wie oft mich das Alien getötet hat, bis ich da mal war, wo ich hin wollte. Na gut, liebe Freunde. Aber das war's jetzt mal von dieser Episode Alien Isolation. Jetzt beginnt mehr so die Phase, wo das Alien wirklich nervtötend ist, aber bekommen wir schon irgendwie hin. Also ich habe ja das, was ich wollte und ich könnte zwar noch die anderen Räume untersuchen nach Items und so weiter, aber ich habe eh nicht viel Platz und kann auch gerade echt nichts mehr mitnehmen. Ich bin richtig voll beladen. Ich denke, das passt auch erstmal soweit. Das Wichtigste ist erstmal, dass ich wieder zurückkehre und dann versuchen wir in der nächsten Folge das Alien auszutricksen. Ich werde es so machen. Ich werde dann in der nächsten Episode offscreen dahin gehen zum Arzt. Und da sehen wir uns dann dort wieder, sobald ich dann bei ihm bin. Alles klar. Dann macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal bei Alien Isolation. Bis zum nächsten Mal.